Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ein Polypack. Ein Polypack mit 36 Teilen einer Minifigur und 2 Euro beim Müller. Es ist grandios, wir schauen uns das Ganze mal an. Ein wunderbarer Satellit. Das ist bedruckt. Also Lego kann es, wenn Lego möchte. Lego möchte manchmal auch nicht. Plus einen Weltraummechaniker in einem wunderschönen Gelb gehalten. Und eine gedruckte Anleitung für 36 Teile. Mir fehlen echt die Worte. Für 2 Euro, ich finde das so cool. Es sind 4, 5 bedruckte Teile drinnen. Die Minifigur hat sogar eine Beinbedruckung. Und der ganze Spaß für 2 Euro, ja gut, war okay, war eine Rabattaktion, aber macht nichts. Sonst um 3,99 Euro. Aber um 2 Euro dat. Ich bitte um mehr. Danke.